Ihr wisst ja, dass Lucy die eine Million geknackt hat und als Überraschung wollte ich ihr einen Kuchen machen. Der Kuchen war jetzt im Ofen und jetzt fehlt nur noch eine Million drauf zu schreiben. Ich weiß, es sieht nicht besonders schön aus, aber ich hab mir trotzdem Mühe gegeben. Ich bin halt einfach nicht der beste Bäcker. Und dann kam die Stunde der Wahrheit. Lucy durfte die Augen aufmachen. Augen auf, Augen auf. Oha. Ja, ich hab dich gemacht. Süß. Endcool.